Yo, Freunde, was geht ab? Ich bin's Meini, das hier ist Mink. Wir sind mal wieder so ein bisschen bei Groß gegen Klein angelangt. Jetzt sieht man den Effekt das erste Mal, wenn du neben dir spielst. Wir haben uns heute was Neues überlegt und zwar haben wir das letzte Mal gemeinsam eine Pizza-Glückstrand-Challenge gemacht. Und wir haben uns gedacht, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Und da wir ja jetzt hier eine Dartscheibe haben, werden wir heute jeder blind fünfmal auf diese Dartscheibe werfen. Wir haben hier unsere schöne Liste, wo leckere und ekelhafte Dinge drauf sind. Und je nachdem, welche Zahl wir dann werfen, das müssen wir auf unsere Pizza tun. Und also jeder kann fünf Belege kriegen. Es gibt zehn leckere und zehn eklige Belege. Auf jeden Fall Bock. Ich hab auch Bock, das ist ja lustig. Diesmal haben wir sogar Chili-Schocken mit dabei, wir haben sogar Schlaf heute. Ah, gar kein Problem. Erst macht Mink drei Würfe, dann belegen wir seine Pizza, dann mache ich drei Würfe, dann belegen wir meine Pizza. Und dann macht jeder nochmal zwei Würfe und dann belegen wir sie zu Ende, machen sie in den Ofen und dann werden wir die genießen. Bist du ready? Logo. Guck mich an, du darfst nicht gucken. Das ist... Ja. Den musst du nochmal werfen. Das ist eine Eins, das ist Bacon. Das ist eine Sechzehn, die Sechzehn sind Silberzwiebeln. Herzlichen Glückwunsch, das wird eklig. Aber hey, ich hab ja eins daneben geworfen, also müsste ich theoretisch ja nichts machen. Nee, nee, der Wurf wird wiederholt. Und das ist die Zwölf. Die Zwölf ist Sauerkraut. Nein, nicht Sauerkraut. Das ist gut Sauerkraut. Auf der Pizza, schmeckt, oder? Man, das fing so gut an. Du hast Bacon, Sauerkraut und Silberzwiebeln. Silberzwiebeln. Das sind diese kleinen silbernen Zwiebeln, die immer bei den Gurken... Die bei den Gurken sind, gell? Ja, die bei den Gurken dabei sind. Belegen wir deine Pizza, oder? Ja. Okay, deine ersten Würfe sind gemacht. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Und zwar ist das Bacon. Den gebe ich dir einmal, den kannst du dir gönnen. Das ist doch schon gut. Sauerkraut? Ich... Alles zerstört. Hast du, wir haben uns allerdings Falko dazugeholt. Der weiß nicht, was wir überhaupt haben. Keine Ahnung. Ja, also, wie gesagt, bist du noch Bacon? Lass mal ein bisschen was davon übrig. Na, los, stopp mal, reicht dir jetzt? Und den Sauerkraut ein bisschen zu verstecken. Guck mal. Hör doch auf! Für dich. Gönn dir. Dann sehen wir uns gleich wieder hier, wenn ich meine ersten Würfe gemacht habe. Okay, Digger, ich würde mal sagen, deine Pizza sah schon nicht ganz so lecker aus. Du hast eine leckere Sache, aber die anderen beiden, die sagen, ne? Ja, der Sauerkraut, absolut. Sauerkraut und Silberzwiebeln sah nicht so geil aus auf der Pizza. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie es bei dir jetzt aussieht. Weißt du was? Ja? Ich mache auch Eiersache, Digger. Okay. Ich werfe noch zweimal extra. Ich mache sieben Belege. Ohhhh. Nicht nur fünf. Okay, okay. Ich bin gespannt. Ich gucke in die Kamera. Das ist die fünf. Paprika. Oh, Paprika. Da fängt schon mal gut an bei mir auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich kann auch nur so viel Glück haben. Bei dir war am Anfang Bacon. Das ist die vier. Ingwer. Nein. Ja, Mann. Warum noch Pizze? Nein. Kann man das überhaupt in den Ofen tun, Ingwer? Ja, natürlich. Ich kann alles in den Ofen tun. Die Zehn. Das ist... Lackritz. Nein. Warum Lackritz? Okay. Aber ich halte mein Wort. Ich mache jetzt direkt noch zwei hinterher. Okay. Und dann mache ich gleich nochmal zwei. Dann habe ich sieben. Mein vierter Pfeil. Der wird mir Glück bringen. Ich habe es im Gefühl. Ich glaube nicht. Eins. Oh, das kann sein. Einfach auch Bacon. Lackritz, Ingwer, Paprika und Bacon. Ich weiß nicht. Ich würde sagen... Okay. Einen muss ich noch, ne? Da. Sechs. Was hast du? Sechs Trauben. Ich habe Bacon, Ingwer, Paprika, Trauben, Lackritz. Okay. Dann gehen wir mal rüber und belegen meine Pizza auch. Okay, Digga. Das sieht schon sehr eklig aus. Ich bin gespannt. Eklig? Schau dir mal die Bacon-Kreation an. Die ist super. Wobei eigentlich bisher geht es voll klar. Sauerkraut und Bacon. An sich ist das in Deutschland. Ja, also da in Köln isst man das so. Ein bisschen Bacon-Würfel in Sauerkraut mit Bratkartoffeln. Ich fange direkt mal mit dem ekelhaftesten an, was ich... Ah, wobei die Trauben sind auch nicht so geil. Egal. Ich hau mir direkt mal ein bisschen Ingwer hier drauf. Ja, warte, warte. Ich geb dir das auf. Wie du es mir gegeben hast. Okay? Hier, hier. Schau mal drauf, schau mal drauf. Gib ihn zurück. Ach ja, warte, warte. Weil wir ja im Team Brohaus sind keine trockenen Ecken. Damit du Bescheid machst. Oh, das ist das Endstück. Okay. Als nächstes Paprika. Hä, aber ohne Witz, das sieht aus, als hättest du jetzt Paprika mit so Kartoffelscheiben drauf. Stimmt, oder? Das ist ne Falko-Kreation. Falko ist der mal Kartoffeln auf seiner Witze. Machen wir direkt mal eklig weiter. Lakritz. Uuuu. Das ist echt. Boah, das ist auch noch dieser Arte. Probier mal. Wenn ich die bekomme, dann erschieße ich mich auf jeden Fall. Machen wir mit was immer noch nicht so geile weiter. Und zwar Trauben. Okay. Ohne Witz, die sieht echt gut aus. Die sieht gesund aus. Aber jetzt kommt das Ungesunde an meiner Pizza. Ich habe nämlich auch Bacon geworfen, Ming. Das ist meine Kreation bisher. Ich würde sagen, die sieht schon besser aus als Mings bunter auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir jetzt noch ein paar weitere Würfe. Und wir sehen uns gleich wieder hier. Also deine Bacon-Trauben-Lakritz-Pizza sah richtig. 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 Also ich würde sagen, die sieht auch schon ein bisschen krass aus. Aber ich glaube vom Geschmack her ist überträglich. Ich mache jetzt eh die geilsten Dinger rein. Und ich lege noch einen drauf. Siehst du diese Dreier und die Zweier. Wenn ich die treffe, mache ich dann dreimal so viel drauf. Und weniger. Und. Uuuu. Ich mache noch so einen extra Wurf. Also machst du sechs. Ich mache sechs. Okay. Let's go. Das ist die 20. Zuckerrübensirup. Ming. Kennst du das? Dieses Goldsack? Dieses schwarze Zeug? Ist ja voll ekelhaft auf die Pizza. Gönn dir. Du hast noch zwei Würfel Ming. Ich mache noch einen. Noch einen der letzten für die Spannung. Ich muss sagen, bis jetzt hört es meine Pizza richtig an. Übertrieben. Okay. Let's go. Das ist die sechs Trauben. Das wird eine süße Pizza. Geht in eine andere Richtung auf einmal. Du hast so ekelhaft. Gönn dir. Erst mal, Ringo, ich habe gar keinen Bock drauf. Jetzt wird es bei dir richtig eklig. Und zwar hast du Goldsaft und Trauben gewonnen. Zwei süße Sachen. Beide Dinge, die ich nicht auf meiner Pizza haben möchte. Trauben habe ich. Goldsaft nicht bisher. Komm, ich mache das für dich. Nein. 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 Du machst meine Pizza kaputt. Nein, nein. Ich mache das. Ich übertreibe dich. Alles gut. Das sieht aus wie ein leckerer Crepe. Nur mit Bacon. Leckerer Crepe mit Bacon, Trauben, Sauerkraut und eingelegte Zwiebeln. Aber ich meine, ich kann es auch noch verkacken. Ich habe noch. Also schlimmer als das hier kann es nicht werden bei dir. Ich habe noch. Zwei Würfe habe ich noch. Ich habe gesagt, ich mache zwei extra Würfe. Also, Anspannung steigt. Bisher sieht das alles nicht so geil aus für mich. Und jetzt meine Pizza sieht absolut ekelhaft aus. Ich habe das Gefühl, das Glück steht auf meiner Seite. Ich habe noch zwei Würfe. Deswegen. Let's go. Dribbeldreizehn. Dreifach Thunfisch. Aber Thunfisch ist wenigstens nicht schlecht. Ja, das ist doch gut. Aber trotzdem mit so einer Menge. Diga, dreifach. Auf dieser Größe. Also drei Löffel Thunfisch. Ah, ah, ah. Okay. Dreifach Thunfisch. Mein letzter Wurf. Ich hoffe wirklich, dass du das Gutes bekommst, Bruder. Tust du nicht. Was ist das? Ist das doppelt? Nein. Nein, das ist nur 15. Oh, 15. Pizza. Kannst nicht sein. Ja. Ich habe es dir gewünscht. Sieht besser für mich aus, als für dich, würde ich sagen. Aber am Ende zählt der Geschmack, mein Freund. Glaub mir. Das stimmt natürlich. Momentan hört sich und sieht sich deine Pizza besser. Aber meine? Ich habe noch einen Wurf. Ich schaffe das schon. Okay. Wir werden sehen. Let's go. Dreifach Thunfisch. Das ist echt nicht cool. Für die Games. Für die Games. Ist das hier dreifach Thunfisch? Ne, das ist einfach Thunfisch. Was? Ne, mach noch einen großen Löffel und dann passt es schon. Das fällt schon unten auseinander, weil ich das so draufdrücke. Alter, was ist das für ein Bergbeutel? Vergleicht mal. Bei mir sieht es so richtig wirklich Nachtisch-style aus. Und bei ihm sieht es so hingerotzt aus. Dafür darf ich mir jetzt noch ein bisschen Feta genehmigen. Immerhin der Käse, den ich mir gewünscht habe. Eine Pizza ohne Käse, das kann man nicht Pizza nennen. Obwohl, das was sie gerade machen, kann man auch nicht Pizza nennen. Falko, was sagst du als Italiener? Pizza? Ich würde sie nicht Pizza nennen. Das hier ist meine fertige Pizza. Ich würde sagen, sieht ziemlich beschissen aus. Ich würde sagen, nennen sie bitte nicht Pizza. Okay. Meine Kreation. Ming, du darfst jetzt noch mal werfen. Schlimmer als sowas kann es nicht mehr werden. Ich glaube, ganz ehrlich, diesmal werde ich richtig gute Sachen werfen. Gönn dir deinen letzten Wurf, Ming. Bitte Universum. Das ist triple 18. 3... 18. No, doch nicht. No. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Ich habe gar kein What-Off-Set. Warte, Ming, warte, warte. Warte, warte. Okay, ich will nicht so sein. Ich will auch ein bisschen fair bleiben zu dir. Deswegen machen wir das jetzt folgendermaßen. Du darfst jetzt noch einmal werfen. Ich lasse den Cent wegfallen, weil meine Pizza hört sich besser an, sieht besser aus. Deswegen darfst du deinen Wurf wiederholen und darfst dabei zielen. Das heißt, du sagst, ich hätte richtig, richtig Bock auf Mozzarella. Ich versuche in die drei zu treffen. Deswegen versuch dein Glück. Eine wirklich nette Geste, aber es sind die schwierigen. Ich nehme trotzdem alles an. Ich werde jetzt trotzdem werfen mit Sehen und Zielen. Aber den Dreifach-Cent, den lasse ich da. Ja, gut. Nicht perfekt gezielt, Ming. Das ist die 10. Lakritz. Du hast es wie noch mehr verkackt. Nein. Kann ich das zurücknehmen? Kann ich das zurücknehmen? Jetzt ist zu spät. Ich fahr fair. Wer weiß, vielleicht vermisse ich alles gut und es wird ja eine neue Essenskombination. Digga, im Magen mischt sich eh alles. Ich würde mal sagen, ich glaube fest an dich. Dann können wir doch mal den Rest belegen und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Pizza in den Ofen machen. Also, bis gleich. Das hat wohl nicht so funktioniert mit deinem Magen das dieses Mal ein bisschen leckerer. Du hast nur... Warum? Sachen gekriegt. Warum? Ich nutze die Situation direkt mal. Oh. Das... Oh. Digga, will er nicht. Aber was mal Trippel war das, ne? Das noch was frei und das noch was frei. Das, würde ich mal behaupten, ist Trippelsenf. Oh, die Mischung riecht schon, die ist so geil. Okay, ich würde sagen, das kommt jetzt beides mal ein bisschen in den Ofen, bis das irgendwas aussieht. Und dann sehen wir uns so in 10-15 Minuten wieder, wenn das Ganze fertig ist. Falko, wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Bis gleich. Buon appetito. Okay, wir haben uns eingefunden, um unsere leckeren Pizza-Kreationen zu probieren. Ich darf's mit Pizza nennen, unsere leckeren, wie man's auch nennen kann. Guten Appetit. Danke. Also, wir müssen auf jeden Fall beide ein Stück mit allem drauf essen. Aber Pizza hört sich schön knusprig an. Okay, ich zieh direkt hinterher. Dieser Senf, Alter. Und Sauerkraut. Ich meck nur Senf, Sauerkraut und dieser Lakritz ist so zäh. Bei mir. Das Schlimmste bei mir ist der Ingwer. Ich hab so viel Bacon drauf gehauen, aber irgendwie... Das ist auch das Einzige, was ich nicht schmecke. Gott, der Lakritz. Es ist noch übrig geblieben. Ich krieg's aus der Kritze runter. Ich spül mal mit dem anderen. Aber ohne Witz, der Teig ist auf jeden Fall lecker. Kennst du das? Ich geh jetzt auf diesen Lakritz umkauen. Digga, ich glaube, Falko will mal Rest haben, ne? Waaaaaah! Ich hab mal auf diese Zwiebel reingemissen. Das ist toll, ne? Kennst du das? Du hast doch bestimmt bei Barbiti getrunken, ne? Und wenn du das so diese Flopper aufschloppen lässt, da kommt nix süßes raus. War die Zwiebel so? Es läuft ja so richtig eklig. Und dann ist der Lakritz nachgeschmackt. Absolut eklig. Bei mir ist das Schlimmste auf jeden Fall Ingwer und Trauben. Die beiden Dinge waren richtig doll. Ich hab auch so viel Bacon drauf gehauen, aber nichts schmeckt nach Bacon. Ich dachte auch, ey, wirklich, ich dachte, ey, ich schmecke mehr Bacon raus. Boah, ne, da war alles dran. Da war ein Stück Ingwer dran. Oh! Ich dachte so, oh, lecker Bacon. Warte, ey, ich neutralisier das. War es eine Traube oder eine Zwiebel? Zwiebel. Oh, Mann. Hat mir dann riesen Spaß gemacht auf jeden Fall dieses Video. Bin begeistert. Ja, ich bin auf jeden Fall auch begeistert. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass dieses Format auf meinen Kanal kommt. Willst du probieren? Ja, lass mal probieren. Was ist das da, Alter? Traube geht auch noch mit rein. Ja, so, das, das wollte ich sehen. Ach komm, das war der geile Sticker. Da probier ich doch auch noch ein kleines Eckchen von dir. Das ist auf jeden Fall richtig gut dabei. Das schmeckt im ersten Moment wie ein Kuchen. Und dann kommt der Sand. Frieda sitzt hier die ganze Zeit und geiert. Aber du weißt nicht, was abgeht. Oder hast du Bock? Das kannst du nicht essen. Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht für diese Aktion diesen Kanal zu abonnieren. Schaut auf jeden Fall auch bei Mink vorbei. Da haben wir auch ein Video mit Pizza gedreht. Ja. Ansonsten, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Ich sage es nochmal, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Schaut die Tage wieder vorbei. Dann kommt ein neues Video. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao. time and Anton